punkte verfügbar akzeptieren 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 so ach eiersuche mit nico das wäre doch ein guter oster stream gewesen hätte 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 um ein bier ich kann auch später kein nummer umskillen ich kann alles aus killen wahrscheinlich irgendwann genau du kannst dir auswählen was du willst all concept immer nur eine von zwei sachen aktiv haben ach jetzt kann ich hier noch mal verbessern die waffe sich gerade genau du kannst genau die waffen meistens verbesserte motor aber verbesserte form unsere kühlung hat sich durchgefangen klar wir sind ja wieder am tanzen mit bier ich komme sofort ich muss hier muss hier spielen ist wichtig na ja es ist es ist nichts unterschätzen auf jeden fall alles neu für mich muss schnell schauen moment lang kann ich in der zeit der vielleicht den ich kann meine axt upgraden und das sagt mir keiner das ist doch wichtig leute seilrutschenspanner erweiterte munitions verbesserte verbindungen ich habe meine kamera ah jetzt verschwinde ich ja halb na egal transparanz ist wichtig heutzutage in öffentlichkeitschwerden ich muss transparent werden Moment, dann mache ich das ja nochmal anders. So, alles klar, ich komme schnell. Das wäre das Ritual nicht. Du kommst, du siegst aus. Tja, was sagt uns das? Aha, Hüftschwung heute, ja? Ja. Na dann, cheers. Prost, cheers. Oh ne, die Meine können sich im Kreis drehen. Das ist immer am besten. Na ja, versuch, ja, schaffst du es? Die gehen weniger als ich dachte. Mal rausfinden, die Wurf-Animation war so. Es dauert ja irgendwie. Nacht. Ach, fast. Guck, hier liegt noch ein Becher, den kann ich werfen. Oh, runtergefallen. Ach komm, ach. Da zieht er drauf rum, ihr tanzt. Hört, wenn nicht. Mit Hüftschwung durch die, durch die Tanzfläche gerannt. Warte, ich will hier nur so'n schicken Afro haben. Da muss ich drin sein? Nee. Ach klar. Entweder, warum? Wir machen das jetzt ohne dich. Nein! Du steuerst jetzt die Aliens. Ja, perfekt. Ihr seid ein Ritter-Marsch. So wie bei Evolve. Bei Evolve, oder? Nein, da war doch einer das Monster. Ja, genau. War doch auch ziemlich cool. Bei Left 4 Dead gab's ja auch so'n Modus. Also. Ja, aber das Problem bei so'n Modus ist, dass dann Leute aufhören. Das ist irgendwie wie bei Among Us. Die sagen, nee, ich würde mal nicht gerne Imposter oder so nennen. Das Spiel sabotieren, und das hast du bei Evolve auch gehabt, und das war schon ein bisschen Schein. Hatte ich auf jeden Fall. Ein paar Mal, das nimmt dann schon den Spaß, muss ich sagen. Kann ich mir vorstellen. Also ich hatte's nur bei Left 4 Dead oft so, dass halt dann irgendwie, wenn man selbst der Zombie-Lord war, konnte man nix, hatte man irgendwie keine Chance. Und wenn man aber als Mensch geäben hat, einen anderen Zombie, und die haben einen immer fertig gemacht. Also ich weiß, also weiß ich, ob man sich da einfach falsch... Ein Fuss hier. Bleib stehen, wo will er hin? Ich hab ihn nicht gerufen. Ich auch nicht. Jetzt hab ihn gerufen. Nein. Tja, ja, ja. Sammelt Eier, sammelt Fuss hier hin. Alles klar. Voll. Mach ich. Machst du gerne. Ich find auch schön, dass wir alle Konsequenz bleiben und keiner den Typen mit der Plattform nimmt. Das geht so. Das, das muss ich mal, wir haben, wir haben die Mission, haben wir die Mission geschafft? Einer des Holzes? Wir haben die Mission ja immer geschafft, also. Ja, das ist richtig. Ja, bis auf die erste. Ja, darüber reden wir nicht. Achso, okay, ja. Über Misserfolge reden wir nicht, das wusste ich nicht. Aber auch die erste Mission, ne, hätten wir auch nicht geschafft, wenn er dabei gewesen. Er wäre auch in die Luft geflogen. Ja, okay. Ist ein Argument. Er hätte auch rechtzeitig eine Plattform darüber platziert. So, ich glaub... Ja gut, dann hätte ich auch rechtzeitig ein, ein, ein Schild legen können. Und ich hätte rechtzeitig einfach wegspringen können. Hätte, hätte, ne? So. Was noch Gold? Ja. Ich bin runtergefallen, aber das hol ich noch. So, wir können überlegen, wo wir jetzt hier lang buddeln. Hier, durch die Erde. Ja, ja. Du hast. Mach mal, mach mal. Mach mal, mach mal. Boah, boah, ne Pause. Er fällt ja immer runter. Wurden wir hier überhaupt richtig? Keine Ahnung. Ja, wir müssen nach rechts irgendwie. Wird's ja gerade noch durch. Komisch, warum musst du noch das Gold abbauen? Ja, hier ist, hier ist, ich sehe Licht. Geh nicht ins Licht. Seltsam, dafür, dass wir im Tunnel sind. Oh, da ist ein Fassil. Toll. Oh, und da ist... Ähm... Ja, tot. So. Und da ist ein Ei. Irgendwo drin. Ach, mehr Sonne-Mission hatte ich schon mal, ja. 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 Ich dachte, ihr hättet ihr das schon getötet. Ja, es war auch tot, aber das fliegt dann noch eine Weile rum, bis es auf dem Boden klatscht. Ich würde sagen, so unkontrolliert durch die Gegend. Jetzt sind hier nicht die Aliens beleidigen hier. Dein Charakter flucht dir ganz schön viel. Wer ist dein? Äh, du, deiner. Dein Gunner hat gerade hier so rumgeflucht. Dann sind sie nur rumfluchen. Ist doch ein Zwerg. Das gehört, gehört mir dazu. Dann ist das Ei wieder, nicht? Nein, nein. Und was heißt hier wieder? Dieses Ei finde ich normalerweise. Nicht Steve töten. Ja. Steve ist zwei Sekunden Bestandteil der Gruppe, nicht Steve töten. Ja, dieses sind wertvolle zwei Sekunden. Es ist nicht die Zeit, die entscheidend ist, die man mit jemandem verbringt. Oder so. Die man lebt, sondern was man in der Zeit erreicht. Steve ist wahrscheinlich ein Impostor. Ah, erstmal nachwerfen. Hast du dir Perks, hast du jetzt dir schon Perks holen können? Ja, ich habe jetzt für schnellere Wiederbelebung. Und ich glaube, Dorn habe ich jetzt drin. Ah, die habe ich auch. Ich habe sonst nichts Tolles gesehen da am Anfang. Ah, da hinten ist auch nochmal ein. Ach, den hast du sehr schnell gefunden. Ja, das ging jetzt gut. Da hinten ist auch noch ein anderer. Wurde ich auch gleich. Ja, schneller Wiederbeleben ist immer gut. Ich habe gehört, das ist ein Gruppenspiel hier. Ja. Richtig gehört. Den Aktiven, den ich momentan drin habe, ist nicht der Schnelle Heilen, sondern dass die Schilde sich schneller regenerieren, wenn ich in der Nähe von Teamkameraden bin. Also unser weiterer Schilde. Ja. Wow. Kann jemandem ein Schild boost geben? Ups, sorry Steve. Warum darfst du auch... Nein, ich muss das gehen. Ah, du hast das Ei schon. Der Mule sollte gleich herkommen. Ich habe ihn herbestellt. Ist ja lustig aus. Und der Gunner, der mit der meisten Feuerkraft... Gold. Echter Zwerg. Du hast gesagt, das Wichtigste ist die Ressourcen. Ja, das ist das Leben des Zwerges. Du hast mich angelernt, beschwere dich nicht, wenn das jetzt nach hinten losgeht. Ja, wird es jetzt irgendwas gewesen wäre, aber es war Gold. Ja, ja, das verstehe ich auch. Hätte ich genauso gemacht. Ich sehe, dass die anderen was machen, dann muss ich ja nichts mehr machen. Habt ihr da viel zu tun, Gott? Geht. Einfach alles abfackeln. Steve ist dead. Oh nein. Wie sieht... ...eure Ammo-Situation aus? Gut. Team nächstes. Das war meine Waffe verbessert. Ich habe extra die Waffe verbessert für mehr Ammo. Alle Dinge, was so schnell leer war. Sehr gut. Alles fürs Team. So muss es sein. Und natürlich auch... Oh, hier ist irgendwie ein tiefes Loch. Und alles für die Mission natürlich, klar. Wo kommt dieses Loch dann hierher? Achtung, ich werde mal eine Granate auf den. Also Achtung, da ist ein Loch, nicht? Da fällt man tief an. Wo ist denn der empfindlich? Wer hat denn da? Hat der Äxte? Ja, ich habe... Wurf-Äxte statt. Achso. Ich dachte, er kam schon mit den Äxten. Nee, was wäre das für ein Zwergenspiel ohne Äxte? Nee, ist richtig. Ja, lag. Oder sowas. So. Also. Genau, die Dornen sind auch immer ganz nützlich, wenn die ganzen kleinen Viecher ganzheit ankommen. Die halten ja nur einen Schlag aus. Die sterben dann dadurch schon. Oh, oh. Falschbeier. Ja, mein, der geht mir. Wie, hört die Welle gerade nicht aus, kann ich sein? Gefühlt? Ja, geht das ja schon ziemlich an. Jetzt auch so ein Nexus. Da war ein Nexus. Ach, hier sind diese nervigen... Ah, ja, so große Dornen. Wie war die nochmal? Ja, Dietz gesehen, hattest du das auch gefunden, schon? Ähm, ein mit hier in dem Raum habe ich noch keins gefunden. Ganz in der Nähe von dem letzten Nadiz, war noch ein zweites. Können die diese komischen Tentakel irgendwie kaputt machen? Ja. Ja. Musst du auf die Gelenke von den Klingen schießen. Und ich gehe nochmal kurz zurück. Ah. Easy. Ja, klar. Ah, und ich... Schon mal zwei, drei Eier? Ja, ich sehe auch. Du siehst auch. Ich sehe auch. Gold! Ich sehe Gold! Hier ist ein paar Munition. Ah, hier ist ein großes Explosionsvieh, ne? Schau die Säcke! Schau sie raus, bevor es nahe kommt! Halt da hin. Die Spächer sind auf der Weg. Oh nein, wenn das hochgeht, dann... Äh, ich gehe mal... Munition ist da. Mhm. Abstand. Oh. Das ist jedes Mal wieder krass. Hat auch uns schon mal geweibt, so ein Vieh. Ach, jetzt, da... Da ist ja Dietz. Oder? Er leuchtet sich cool. Genau. Ich schau nochmal. Ja, doch. Welches? Ach, da ist ja schon der Bohrer. Hehehe, hallo. Ah, hast ihn gefunden. Sehr gut. Ja. Ach, mein Nitrat ist schon voll. Wo ist denn der Mui? Du hast noch ein Ei? Ja. Ach, da findest du ja... ...echte Eiersucher, ja? In der Höhle hier sind die alle ziemlich auf Ansicht. Kannst du deine Finger einfach nicht davon lassen, ne? Das ist meine Aufgabe. Ich hab endlich mal einen Zweck. Endlich. Sinnvoll. Ich bin wichtig für die Mission. Ah, ich hab keine Muni mehr. Deshalb kann ich nicht schießen. Macht Sinn. Klingt bekannt, ja. Erst denkt man, die Maus funktioniert nicht. Die Maus... Die linke Maustaste funktioniert irgendwie nicht mehr. Ich will dich Steve nennen. Ah, da waren viele Explosionsviecherkeimer bei mir. Und haben Steve mitgetötet. Nein, Steve... Der war wirklich nur zehn Sekunden im Spiel. Was geht denn eigentlich um die Zeit, die man verbringt? Ja. Habe ich mir gehört. Das hast du von einem schlauen Menschen sicher gehört. Das kann ich nicht beurteilen. Was gibt's denn hier oben so? Ein Fossil. Weil noch Nitra... Hier, da... Was ist denn los? Tschüss. Oh, alles klar. Ich brauche mal das letzte Fossil. Wollen wir noch zwei Eier? Wollen wir noch ein Ei? Einmal Ammo ist... Nee, keine Ammo. Wollen wir neu bestellen? Ich bestelle einfach mal neu. Nicht so, als könnten wir das für irgendwas anderes brauchen. Tja. So schnell hast du's markiert und so schnell war's weg. Ja, das war ein gutes Gefühl. Markiert und boom. Ja, es muss immer so laufen. Wollen wir die... Ja. Wir laufen die jetzt hinterher? Ja, super. Bissmore. Oh nein, irgendwie falle ich. Genau, es gibt jetzt da unten Neu Ammo, ne? So, ich hab noch. Neb ich auf, wenn's alle ist. Mhm, dann läufst du zurück, ne? Sehr sicher. So, laut Karte ist da noch ein Ei, äh, in die Richtung, in die grad, äh, Nico schaut. Ah, oben, ne? Ja. Taps. Sollen wir auch gleich ihn nach Hause schicken? Wieder nicht. Ja, mach ruhig. Moment, Explosionsfeel. Ich werd mal die Ammo holen, hab's gehört. Okay, wieder rund hier. Ja. Ich geh auch mal zur Ammo. Oh, komm, besuch aber. Weg. Ganz entspannt. Man sieht nur einer hinten im Hintergrund zu wissen, kämpfen. Dann drück ich den Knopf. Wir senden in den Droppartner. Hör für LZ. Wir senden sie so. Na dann. Easy peasy. Da hin, wir sind da. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Wir sind da alle drei drauf? Ja. Ah, fuck, jetzt könnte ich nicht mehr. Ich glaub, 15 Sekunden, 12 Sekunden, da ist ein Achievement, wenn man's lange geschafft hat. 15 Sekunden. Die Bahn ist irgendwie nicht so einfach zu erreichen diesmal. Sie sind versperrt. Aber dafür haben wir ja einen Bohrer. Die haben wir reingesabbert. Entschuldigung. Oh Mann. Ja. Entschuldigung. Wie, hast du ihn umgebracht? Ich hab das Dynamit rausgeworfen. Ich hab's wirklich rausgeworfen und nicht auf dich. Ich dachte, da wäre ein Explosionsvieh gewesen vielleicht. Ich hab' gar nicht gesehen, was mich gekippt hat. Tja, also ich sag mal so. Die Mission ist das Ziel. Und dafür, dass du eigentlich gar nicht im Shuttle warst, als wir losgefahren sind, ist es eigentlich auch nur richtig, dass du nicht im Shuttle bist, wenn wir wieder vom Planeten wegfahren. Richtig. Ich wollte mich vielleicht nach vorne natürlich wiederbeleben, aber dadurch, dass wir halt schon in dem anderen Bereich drin standen, ging es schon. Ich hab' gar nicht gesehen.